Musik 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 So, heute ist der Tag da. Wir sind in Saferwil bei Emil Frey Racing. Wir freuen uns wahnsinnig, um den neuen Ferrari überzukommen und auszupacken. Der ist jetzt hier im Lastwagen drin. Und wir schauen jetzt gleich mal, wie es aussieht. Wir lassen den Lastwagen mal aufmachen und lassen die Jungs den neuen Ferrari ausladen. Musik Der Ferrari ist hier. Er ist in unserem Workshop. Ich denke, wir packen jetzt den mal aus und werfen den ersten Blick darauf. Und schauen mal, wie das Fahrzeug in echt so bei unserem Haus aussieht. Musik 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 Der Ferrari ist ausgepackt. Ein wunderschönes Auto, muss ich sagen. Also, man hat es ja schon vorgewiesen. Man hat das Fahrzeug schon an Events im letzten Jahr besichtigen können. Es ist sicher für uns alle eine grosse Freude, dass wir das wirklich bekommen haben. Das Auto ist ein richtiger Rennwagen. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Jetzt müssen wir einerseits das Fahrzeug vermessen. Sprich, wir nehmen die Trädchen runter. Wir machen unser Setup-Equipment drauf. Wir messen das ganze Auto. Wir messen das ganze Auto. Wir schauen, wie sich die ganze Sturzspur, Reitheit, Loadzellen und die ganze Kinematik verhalten. Und ändern, je nach Setup-Einstellungen, die man macht. Jetzt wird das Auto zum Flatbatch genommen. Mit den Trädchen demontieren. Und wir machen die ersten Messungen. Musik 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 Einmal nur das Grund, aber dieses Grunde ist einfach das ganz grundlegende Thema, Erzeugung, 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 Fitting Brakes, ja, du kennst es, wie man es tun kann. Schön sind da hier, schaltet euch das nächste Mal ein bis zum nächsten Video, Dann seht ihr, wie man aus diesen schönen Carbon-Ferraris einen blauen Ferrari macht. Freut mich, euch das nächste Mal wieder zu sehen.